Hallo YouTube Freunde und Willkommen zurück zu DumpRadar. Ich würde sagen, nachher starten wir mal und schauen wir mal, wo uns das ganze hinführt. Ich bin immer noch voll begeistert von der Grafik. Also der Umstieg von der 360 auf die Wand, das war mal kein Fehler. Diese Frauenabbildung auf dem Tor, dem Alter der Symbole nach, könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht, manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Trauma wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Ja, das stimmt. Traumatische Erfahrung, kleines, aber wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur wenn wir sie überleben. Wir packen das schon. Schöne Lichteffekte. Unglaublich! Es ist Himiko! Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamateis. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein. Nein, wir stehen auf einer Goldmine. Kommt! Schnell! Eure Freunde sind verletzt! Ja, wahrscheinlich durch Sie. Wir können Ihnen nicht trauen. Zurück! Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger. Schaut nach dem Hinterhalt aus. Nein! Aber ich verlange, dass Sie uns zu demjenigen bringt, der Euch anführt. Was tun Sie da? Versteht? Nein! Ich leere das! Nein! Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was Sie sagen! Dau mir Pistolet. Schau. Ich hoffe, du hast gemerkt, dass ihr mal verstanden habt. Schaut nach? Mah! Und ein Hund. Schaut nach. Schaut, wir schrauben sie nicht! Schaut nach! Schaut nach! Lauf! 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 Nein! Leise sein, leise sein. Wie sieht's aus? Lass uns weiter. Da, vorsichtiger. Oh Gott. Hey, einer sitzt in der Falle. Diese Gruppe hat's echt in sich. Die meisten werden wir dritten müssen. Schau, der schläft uns neu. Oh, der schläft uns neu. Oh, der schläft uns neu. Ja, okay. Lass uns mal. Lass uns mal. Geht's alles klar. Lass uns weiter den Backhawks. Lass uns den Handels. Lass uns mal. Durchatmen, Lacher. Durchatmen. Ich weiß, Pollen. Anna. Nein! 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 Ey, du! Geh! Geh! Lass du mich nicht. Ich bin nicht so. Ich bin auf alle. Wir sind jetzt fertig. Ja, ich bin wieder vertrügt. Hey, du! Geh da rein! Oh, jetzt. Ich hab' einen Schraub, ich hab' einen Schraub. Schön, schön. Das ist ein Schmacher! Schaut geschmackig aus, ha? Ja, da kann ich verstehen, dass es aus dem 18 ist. Und verschmierte Lara, hübsch. Das ist ein Schmacher! 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 Und das ist ein Schmacher! Ich bin da nicht vergessen. Geldmörse, kaputtes Handy. Immer dasselbe. Oh der ist ja wer. Nein, sah eher aus wie ein Forschungschef. Was? Oh scheiße! Jinha! Noch wer? Nein! So... So was ist doch nie leicht. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu was nötig ist um zu mir zu kommen Lara. Ich versuch's. Zahlen? Irgendwelche Koordinaten? Wollte jemand, dass es gefunden wird? Wo möglich, wo möglich. Mal schauen, ob wir was übersehen haben. Soll ich es riskieren? So ja, riskieren wir es einfach. Schau schau! Schade, schade, dann gehen wir wieder. Pfeil und Pumpe. Bin ich voll? Ah, jetzt brauchen wir Kaffee, ja. Guck mal nochmal. Erfahrungspunkte, ja, Erfahrungspunkte, die brauchen wir alle. Ah, das war ja klar. Lara! Ja, das war ja klar. Oh nein! Oh, mein Aiming, das ist echt zu wünschen übrig. Entschuldigung. Schau, was wir da haben, das wollen wir natürlich haben. Was ist das, was wir da haben? 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 Na und ich laufe wieder vor. Ok, da brennt alles. Ja, let's fail. Jetzt weiß ich aber, dass ich besser aufpassen muss. Geht rein, du kannst etwas Louder. Okay. Die Zeit rein, du kannst du jaunten. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Aber wo? Wie weit ist der Otter? Den Löwen für die? So! Weg! Hier drüber! Da ist sie! Ah! Oh! Ah! 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 Wofür? Prêt? Nix mit Rölm? Prêt? Nix mit Rölm? Prêt? Nix mit Rölm? Prêt? Nix mit Rölm? Nix mit Rölm? Okay. Nix mit Rölm? Was seien Sie denn, Mato? Was ist der Fall? Da ist sie! Ich bin verbunden! Ich bin verbunden! Ich bin verbunden. Ich bin verbunden! Ich bin verbunden! Ich kann ja weiter. Schlaggeschnitt, oder? Entschuldigung. Aber jetzt packen wir das. Ihr zwei, du seid drüben. Du musst das jetzt schaffen. Ich glaube, sie lädt nach. Ich glaube, sie lädt nach. Ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Da ist sie! Ich bin nicht da! Okay, wohin? 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 Ich bin nicht da. Wollen wir mal gucken. Oh! Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Ich würde einmal sagen, wer das lösen will, schaltet einfach auf Pause. Als der Sturm schließlich doch nachließ, guckt nachher wieder auf Play. Er schien uns zu kämpfen. Ich habe wieder ein Motel gefunden. Ich schaff das. Logo, wir schaffen das. Ja, wendig ist sie einmal unter Lava. Aha. Wenigstens bist du jetzt durch den Regen wieder gewaschen. Ja. 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 Doch, sonst war es sehr langweilig. Oh, Gott sei Dank, ihr lebt. Oh, Gott sei Dank. Oh, das Rudel ist irgendwo da oben. So Freunde, ich mache jetzt einmal Pause. Im nächsten Boot holen wir uns nachher den Rucksack. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Zum nächsten Boot. Out's rain.